Im Bild rechts sehen wir ein Volleyballfeld von oben. Die Maße sind in Meter. Das Spielfeld ist insgesamt 9 Meter breit und 18 Meter lang. 6 plus 3 plus 3 plus 6 ist 18. Wir wollen nun eine Formel für den Umfang der blau eingezeichneten Freizone angeben. Dazu überlegen wir uns zuerst, wie breit und wie lang die Freizone ist. Das heißt, wie breit und wie lang das blaue Rechteck ist. Beginnen wir mit der Breite. Die Freizone ist 9 Meter plus links und rechts x Meter. Denn für das blaue Rechteck kommen zu den 9 Metern des Spielfeld links und rechts x Meter dazu. Das heißt, die Breite ist 9 plus 2 mal x. Überlegen wir uns nun die Länge der Freizone. Das Spielfeld ist 18 Meter lang. Oben und unten kommen aber in der Freizone noch y Meter dazu. Das heißt, die Länge ist 18 plus 2 mal y. Für den Umfang u der Freizone gilt. u ist 2 mal die Breite plus die Länge. u ist also 2 mal die Breite ist 9 plus 2 mal x. Die Länge ist 18 plus 2 mal y. Nun haben wir eine Formel für den Umfang. Diese können wir aber noch ein wenig vereinfachen. Denn 9 plus 18 ergibt 27. 20 plus 2 mal x plus 2 mal y. Nun haben wir eine Formel für den Umfang der blau eingezeichneten Freizone gefunden. Dann kommen wir eine Formel für den Umfang. Vielen Dank.